Moin und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World und wir haben ja zwei geile Level, die auf uns warten. Herrliche Schattenspiele. Oui. Oh ne. Ja, ok. Ich wollte das ja wieder genießen. Natürlich. Ach, ihr. Wie komme ich denn da hoch? Oh. Ich spring doch hoch. Unchillig. Achso, mit dem Boomerang da. Ah. Mit dem Boomerang, der da liegt. Ich bin gerade mit den Lecks ein bisschen unchillig. Ja. Ja. Oben ist noch einer. War das jetzt das ganze Level? Aber wo geht's denn jetzt weiter? Jo, guck's dir an. Das will ich alle töten, oder? Ja. Komm, komm, komm. Ich bin gerade echt unschillig. Ja. Nur ein bisschen. Oh scheiße. Bin ich? Achso. Ja. Ja. Oh mein Gott. Oh nein. Was? Wie? Was? Ich bin einfach nur random gesprungen. Mach die Drehung. Weil wir kommen hier hoch genug. Wild. Gut, haben wir uns den Scheiß auch gespart. Das ist nice. Oh, dass du das noch irgendwie gepackt hast. Ich dachte, wir kriegen das nicht mehr. Ja, haben wir ein bisschen Zeit gespart, würde ich mal sagen. Oh, noch ein geister Host. Wild. Aber erst haben wir noch ihn hier. In diesem Part kommen die ganzen wilden Level wieder dran. Chillig. Ach, lassen wir dich mal. Schau, Bro. Bro, das bringt nichts mehr zu schiessen. Hey. Streichel den so. Äh, was? Dafür war es. Ja. Willst du groß sein? Da ist ein Pilz. Willst du groß sein? Da ist ein Pilz. Gibt ihr so. Na, ich geh. Gut. Okay. Oh. Ich stelle ein bisschen aus, wenn wir noch nichts so richtig haben, ne? Ja, mich auch irgendwie. Wir haben einen Pilz für den Immobilie. Ja. Das ist immer so ein... Ja. Wow. Wild. War wirklich erst die erste. Ah. Feini. Warte. 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 Guck mal. Du kannst du mitnehmen. Hä? 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 Wie wild ist das denn? Du kannst dich schmeißen einfach. Du kannst dich schmeißen einfach. Wie wild ist das denn? Die fire und zutaten. Guck mal. Wie wild ist das denn? Geil ich irgendwie noch기로 was? Hm. Nee nee nee. Hier war auch nichts. Oh oh. Ohh. Hier war vorher Nacht, ne? Okay. ja es hat halt auch mies gelegt ja warum auch immer das manchmal so ist es ist echt ein abfahrt also meistens wird das spiel perfekt dann hat es mit phasen so fünf minuten aber nur das wirklich nur so ganz kurz immer es ist bringt jetzt bin auch noch gar keinen bock zu funktionieren doch schützt rosalina hält mich nicht auf das ist schwer mit dem lechsten spiel ja genau da müssen wir auch hin ist die box jetzt dafür da um uns ja um da ja ja ist so damit kommen wir in den innenbereich ach nee den haben sie rausgenommen ich finde aber auch cool dass die level kürzer gemacht wurden das einfach nochmal so hier habt ihr einmal die kurzen level fertig ist was gut kannst du holen oder ach kein scheiß rosalina ich würde mich gerne nur einfach sehen bitte ganz kurz mal aufzulegen spiel mehr wollten wir da nicht dann könnt ihr die level mehr genießen wenn das spiel aufhören würde mit ihren fünf minuten lecken das stimmt ich glaube hätten wir beide ein ladenkabel drin wäre es schon wieder besser es liegt halt ob wir es an der switch so aber das ist echt schwierig klare balken provoziert auch des todes einfach immer unten rechts oben ok jetzt schiff noch mal ach hat das spiel wieder beruhigt doch aber zumindest die taktik ist glaube ich hier einfach sich immer hinter die teile zu stellen und da ist das deutlich leichter da lang zu laufen so ich glaube damit könnte ich halt auch nicht weg pusten nein wo den ständigen stern jetzt haben wir zumindest schon mal alle sterne damit rennen ist er glaube ich gerade nicht so viel jetzt hat sich das game wieder einbekommen das ist ganz komisch also es ist wirklich das game hat einfach nur so seine fünf minuten um auf zu blasen na jetzt kommt es wieder seine fünf minuten ich sehe halt nicht wo ich hinspringe manchmal also auf jeden fall ein tipp ist sich an den schatten zu orientieren das ist schon mal aber man also so weit wenn ich über dunkle oberflächen gehe wird das halt oh smart hohoho mach du mal eben welche ist noch nicht weg machen ja du kannst auch mich weg machen ach du hast es gesehen oder ich habe jetzt gerade darauf geachtet was passiert ich bin aus der blase gegangen und sie ist jetzt das loch da oben ne in den ganzen reingefallen genau du bist nicht schuldig nein nein was machst du deinen behinderten sprung jetzt es ist halt anstrengend gerade so zu spielen ist ein bisschen schade aber gut ja das holen wir wieder nach wobei ich glaube ganz ehrlich dass wir jetzt nur in die nächste welt kommen wenn wir alle flaggen haben ich glaube das war ganz am ende echt bin mir da noch nicht so sicher also das nehmen wir jetzt safe noch mit ist das da oben nicht mehr naja komm dann packen wir auch easy alter macht der die miesen und einig er wieder ich glaube nein ja ja ähm schwierig jetzt sehr schwierig wenn das jetzt so weiter geht ja so ja das ist so ja das ist so schlecht da einfach warum denn jetzt warum jetzt das hat die ganze zeit funktioniert so das ist doch ja klar mache ich mit einem moment des todes einfach guck mal da beschreibt man sich einmal schon jetzt einfach weg das willst du eigentlich tschüss ja wenn die kamera dann trotzdem mitmuffen könnte und nicht noch grauerhaft bei einem todespunkt schild er wird tatsächlich ganz cool er kommt ist euch doch ja 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 du springst auf meinem kopf ich bin in aller aber richtig geil so bock das game junger dieses kack-movement von luigi so guck mal wie er rum wackelt in der luft so hey ich rutsche einfach so fünf meter so hey ich bin jetzt stehen geblieben salina gefällt mir besser in der normalform als mit irgendeinem power up ja komm ja komm ja und jetzt natürlich bin ich von daneben gesprungen ach ich dachte ich könnte noch mit dranhängen aber spaß ja kein ding natürlich hier an die herum wackelt es würde zum ersten mal laufen lernen ist dich ach so dann nehme ich dir von der reserve nach jungen also langsam wird es anstrengend ein bisschen ach chill ja perfekt kamera richtig ja dass die fünf stunden am todespunkt noch bleibt finde ich halt auch mega und schuldig so also das ist echt ja ich springe halt nicht chillig danke auch sehr chillig an der stelle ja wie soll ich da rund rüber springen das läuft ja 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 so so nein du musst springen kann ich nicht loslassen wovon bist du denn jetzt gestorben denkst du hier links ist was das münze ich glaube nicht vertraue ich jetzt kenne ich nix ach chillig danke bro ganz chillig ich finde alles wo sich was bewegt zu zwei drehen was meine nicht ganz oder jungen hast du so eine pisse hier ich achste solche level ja nimm doch den tanuki ja lustig oh 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 eh kamera kamera danke der b-knopf musste auch nicht mehr funktionieren nee klar nicht so wild das ist doch ein witz er macht kein wall jump mehr ja jetzt noch tanuki ah das fand ich doch eh direkt oh der denk ist aber auch schneller als keine ahnung was ok chillig chillig nicht so chillig ganz gut ganz gut wo ist denn der ach da hinten naja ich war nur noch bis du da bist damit ich ähm genau wegen sowas weil er nämlich danach noch bock hat richtig weit zu springen ganz chillig auch du scheiße ok das wird das wird machbar noch auch noch junge jo es ist so witzlos dass er einfach eher verschwindet so der letzte block denkt sich so um eigentlich bin ich eher weg als er ist ja ich wollte nach rechts deswegen habe ich ja auch nach rechts gedrückt mir er dachte irgendwie war weil wenn ich einen weitsprung mache kann ich noch gegen lenken ja lustig was diese doch auch nur darum abzufangen jetzt mal ohne schalt das kommt jetzt auf einmal zweiter noch ist ja aber ich meine weil ich klein bin so er war kein fragezeichen block ist sondern normaler blog hilft aber trotzdem nichts ändert nichts daran dass das multiplayer nie mehr das doch ein dummer witz ganz ehrlich so ich springe da lang auf einmal bist du auf meinem kopf und ich bin übel nach unten gedrückt fanny game ja ich bringe halt nicht finde ich in ordnung zumindest schmeißt du diesmal nicht mein item in die lava ich meine es auch schon mal ein fortschritt wo er wollte die stampfattacke ich habe es gerochen ich habe es gerochen der wollte sowas von der hatte richtig bock ja ganz ehrlich dieses level bockt halt einfach nicht weil du bei der lava keinen schatten hast und du siehst nicht wo du hin ach du hast sogar einen schatten aber bringt ja trotzdem nichts wenn du so mal eigentlich kann ich höher springen aber ich springe halt einfach nicht ja ich liebe das item system natürlich natürlich ganz und gar nicht schuldig ganz und gar nicht schuldig ja ach so wie zu kommen blog bitte es ist so ein witz es ist so lächerlich du siehst einfach nicht wo du hinspringst ja ja auch genau dann kommen wenn du eigentlich springen muss ja habt ihr es dann hallo ich habe doch gedrückt ich habe doch ich habe doch viel ganz ehrlich spiel gleich mit den joycons das ist doch ein witz ja dann machst du nix dann machst du nix war ja kannst du aufhören dann ja echt ein geiler treffer muss man dass man leidlos anerkennen der h war schon echt auch schon kugel tanuki bringt mir hier ja auch nix ach dietmar das ist das ist gerade nicht passiert jetzt kann ich das noch einmal noch bevor ich ihn aber gefallen ja ja natürlich ich glaube das reicht da erstmal für den port oder meinst wir schaffen noch eins schwer zu sagen wenn ich das level und sich so aufgenommen hätte dann hätten wir vielleicht noch eins geschafft aber ich glaube eher weniger ne ne ja mit der nächsten welt machen wir einfach beim nächsten mal weiter ist das schon eine neue welt das werde ich jetzt überprüfen ja ein bilder übrigens ja gut dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten mal mit angenehmeren leveln bei leon wieder